Digga, Rolex ey. Richtig von Berlin BDSM Money gemacht. Das war schon davor. Ne, von dem Money haben ja fast nur YouTuber was gekauft. Achso, ja. Schade. Ich dachte, du hast ja einfach eine Rollie gekauft. Ne, schade. WMW Mercedes. Einen BMW Mercedes. Jetzt gucken wir mal. Ne, ein Tesla. Von dem neuen Werk. Ja, Mann. Naja, ich weiß nicht genau. Musst du immer nach Brandenburg fahren zum Aufladen. Aber so ist es halt. Oder einfach. Bei dir. 50 Cent. Bei dir bezahlen. Stimmt, ja. Das ist schlau. Ich erheb das Geld nicht mal. Du kannst es für lau einfach machen. Ich hab gedacht, das mache ich. Damit ich so ein bisschen den Drugged Forks Patreon dafür bezahlen könnte. Du kannst auch Patreon machen mit mit Analysis. Ja, ja. Aber das kostet ja, gell? Aber das mache ich wahrscheinlich auch. Mit Code Cody. Mit Code Cody. Mit Code IBD. International Big Dick Women Lover. IBD-SM. IBD-BSM. Oh mein Gott. 2 zu 4 Stocks. Also Marius hat jetzt so seine Nummer. Aber ist leider ein bisschen gegen Marius ein bisschen zu impatient. Also geht schon einen guten Moment rein. Aber dann geht er auch einen Moment rein. Das meint auch, er weiß halt wie Dennis spielt. Ha? Er weiß halt wie Dennis spielt. Das stimmt. Das ist halt. Aber das sollte nicht ihn daran hindern. Weil wenn er weiß wie Dennis spielt, sollte Dennis auch wissen wie Mario spielt. Im Endeffekt. No Johns. Der spielt halt. Manchmal macht er so Geld-Junge-Moves. Und versucht es richtig sexy zu sein. Ja. Na ja, ich finde er macht coole Sachen. Er macht gute Neutral-Openings mit Drill und so. Gegen den Crouch-Cancel. Dennis versucht Wave-Dish-Back-Down-Smash-Speed zu machen. Das klappt halt nicht immer. Aber jetzt hat's geklappt. Jawoll ey! Klasse! Lord Finesse im Chat. Servus. Ist eigentlich Tavsi noch im Chat. Hier ist kein... Was gibt's hier noch für Users? Oh! Strawstream! Oh! Strawstream ist im Chat. Strawstream ist im Chat. Servus. Servus an Fasten-Your-Seat-Belt. Zurich. Ich bin stolz darauf, dass du es geschafft hast, in deinem noch noch relativ jungen Alter die richtige Entscheidung zu treffen. Und einfach nur an den einzigen Waden Michael Ballack den Fasten-Your-Seat-Belt-Sitz abzugeben. Lo-Fi-Pog. Any Lo-Fires in Chat? Lord Finesse. Any Lord Finesse? Any Lords? Any Lorders in Chat? 3-8-5. Wir haben Commander Root. Hört sich an wie ein russischer Bot. To be honest. Aber man weiß nie. Moo-Bot ist immer am Start. Ja. Win-Sock. Und ganz klar. Night-Bot. Unser Lieblings Moderator. Nach Sichlor. Oh. Oh. Und das ist es was. Aber. Ich finde es krass, wie Sika spielt und dabei noch im Chat ist. Ich finde es auch heftig. Ich finde es auch richtig krass. Vielleicht hat er an seinem Handy so einen Button dran gemacht. Wenn er ein Clip macht, dann kann er einfach drücken und dann... Eventuell. Ja, eventuell. Dann kann er einfach clippen. Oder an seinem Controller direkt. Ja. Oh, das wäre... Das wäre natürlich Next Level. Any Lo-Fires in Chat? Sag mal Julian, was machst du eigentlich jetzt gerade? Warum bist du nicht hier? Der schreibt morgen eine Klausur. Du schreibst morgen noch eine Klausur? Ah, damn. Ich dachte, du hast... Bist du fertig mit den Klausuren? Schade. Dann, äh, viel Erfolg. Any Mafias? Ey Leute, wollt ihr noch Mafia spielen eigentlich? Ich hab auch Mario Kart Wii dabei. Nee, scheiß auf Mario Kart Wii. Oder andere... Ich hab auch Project M dabei. Digga, Project M. Ja, wenn ich noch bleibe, dann für eine Runde Mafia. Aber die Frage ist, ob wir Karten haben. Ich hab auch Uno für die Wii. Uno? Oder Smash 64. Oh, das ist geil. Wir haben doch nur N64 unten. Wir können doch irgendwas spielen. Wir können... Aber da kann man kein Mafia drauf spielen. Nee. Wollen wir mal Sade im Minigames. Oh. 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 Sogar... Ein 80% Kombo aus dem Down Smash. Richtig gut, das will ich immer sehen. Ah, da traut er sich nicht, ne. Den Tech Chase, den muss man schon versuchen zu kriegen. Er dachte, er macht Tech-Hole hin. Oh. Oh. Wow, was für ein Tech. Krasses heftiger Tech. Und das... Der Tech könnte nochmal viel bringen. Ah, jetzt denn es diese Panic-AB. nicht im richtigen moment aber der stück einfach durch rennen und den greif walter rausschmeißen was denkst du wo der gewinnt wahrscheinlich es ist schwer zu sagen weil wir spielen halt beides ziemlich krass das ist ziemlich even aber auch das gefühl ist dass mach es so ein bisschen mehr konsistent ist denn es ist auch ein bisschen er ist auch tiltet er will sich nicht eingestehen ob jetzt verliere ich vielleicht also was es nicht eingestehen ist das falsche wort aber es halt einfach wenn man gegen spieler spielt und dann auf einmal eigentlich normalerweise die überhand hat ist es manchmal schwer und vor allen dingen ich glaube denn es was bei denn es vor allen dingen ist ich glaube gerade so ein bisschen so an diese paar sachen klappen nicht ich machen will und es ist gerade sehr tight von der execution eben steven genau und marius fällt dann auch teilweise nicht darauf rein aber das gefällt mir jetzt auch mal schon langer tag alter viel zu viel geschwommen mein bein tut weh aber das tut nichts zur sache da uns menschen zu tekst der tag in der ab rome es war es noch nicht ganz er hätte da es hätte sein können und zwar erwähnt es wichtig wenn es darüber wofür es landen wird und dann direkt einfach offstage jumpen den float machen und dann auf den zaun den a knopf drücken das geht schon das kann man schon kann man hat nicht mehr so viel an also hier oh mein gott das hätte ganz schön böse enden können das hätte gern das 2 0 gehabt aber bei in der runde hat er auch gemacht also das heißt jetzt ist schon mal knapper eigentlich hat das erste game getakt hat er hat die confidence er hat er hat den willen wert ist auch am start alter wer hat das mal wieder da stabil berlin ist relativ stabil ja ich finde auch ich finde berlin muss insgesamt schon noch ein bisschen stabiler sein wir haben so mir fehlt so ein bisschen so mir fehlt so jemand der mit mir hier so ein bisschen durchbericht in richtig stabilität so regionen regionen vielleicht ich habe ich habe nämlich das gefühl konsti kommt wieder hat so ein richtiges level abgemacht alter aber nicht gegen marx leider weil die haben einfach keine mars spieler aber ich hoffe ich ich hoffe wir lernen das einfach so was solltest du sagen ich hab dich mal gucken wir auch bei männer weil es ja auch weil gibt es ja auch bald in japan männer echt an sich aber major das sogar da amser am start und 3 ok ja kann auch seinen kontroller wenn er denn so viele joshis ich glaube ich glaube konnte ich habe aber ich weiß nicht also ich weiß die am sei es vielleicht noch mal eine nummer ist eine nummer halt schwer aber ist machbar ja ich habe immer zu alter ich bin die ganze zeit von finesse angepasst und jetzt im schädel hat finesse schickens andy lauders in chat pizza chicken alter ja ja pizza chicken ist das neue meme pizza chicken hat sich mega geil an du bestellst eine pizza was von jack band des stage n es fabs im chat was macht ihr dann bestellt sie mich nicht ich bin ja nur schon dabei sagt pizza schinken aber keine pizza chicken geil aber fast das richtige tier Ich meine Schwein, Huhn, was ist der Unterschied? Oh wow! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Was für eine Müll-Stage! Any Chickeners? Any Chicken in the Chat? Any Bio-Chicken? Oh, Dennis gerade schon ein richtiges Bio-Hühnchen, ey! Richtig, richtig fein! Oh! Ah, das wäre so schlau gewesen! Aber er hat es ja nicht gekriegt! Und da kommt die nächste Appel! Oh! Oh! Der Double-Cross-Up! Berlin so Ehren... Stabile Ehrenmänner! Ein Mann, der voller Ehre ist! Oh! Gimmicks, Gimmicks! Dennis hat gar keinen Bock auf die Gimmicks! Aber es war auch kein Gimmicks, war einfach Run-Up-Upsmatch! Upsmatch! Ja, Gimmicks! Und da kommt Back-Ass! Also, oh der Drill! Dennis muss diese Dash-Tracks noch ein bisschen Overshooten! Und er merkt, dass er die oft whifft! Lieber die Dash-Track Overshooten in der Corner! Noch ein bisschen rennen! Noch ein bisschen rennen! Noch ein bisschen rennen! Komm noch ein bisschen... Oh mein Gott! Das Wedge ist pivotal! Das Wedge ist sehr wichtig! Könnte man sagen! Sie gönnen sich nichts! Und sie heizen sich mit Drohgebärden ein! Direkt vor Olymp! Dennis! Was ist das? Oh! Nur mit Pokémon-Stadium-Kommentary kommentieren! Weil das ist ja im Endeffekt Pokémon-Stadium! Und Pokémon-Stadium in echt ist auch... Oh mein Gott! Ben! This! Näher! Nein! Er wollte die näher nicht! Klasse Ballack! Ja! Konzentrier dich nicht auf Ballack, Alter! Oh mein Gott! Der Amsatek! Wie kriegt ihr das nur? Wie macht ihr das bloß? Ballack aus der Entfernung! Klasse! Nein! Oh mein Gott! Run-up-Jab! Und er hält nicht nach unten! Dennis muss sich noch einmal tief einatmen! Wird Marius hier heute ins Grand Final einziehen? Ins große Finale? Ja! Roffel! Er haut einfach... Ja Mann, das ist so... Das ist so witzig auch! Er hat die heftigste Visual Confirmation! Also darauf reagiert er, ne? Aber so auf andere Sachen nicht, ne? Ich könnte richtig kotzen! Rechts Roffel! Ein Leben für die Boots! Ich hab... Sirrik, ich hab mir heute auch... alle Ballack-Tore angeschaut, die er in der Fußball-Nationalmannschaft gemacht hat! Das war so ein gutes Video! Beim Wäsche aufhängen! Ich hab letztens... Und Ballack! Ich hab letztens angeguckt, ähm... Kahn, ähm... Saves! Oh, das ist auch glorreich! Ich schwör ja! Lass den 8-Meter-Schießen! Let's go! Ich hab das... Video schon zehnmal... Ja, ab geht's, Sirrik! Das glaub ich dir direkt aufs Wort! Kahn-Saves! Ich finde auch Ballack-Tore into Kahn-Saves angucken! True-Combo! Kahn sowieso der beste Mann! Ich werde auch nach meinen Sets... Nächstes Mal beiß ich Niki einfach in den Hals! Und dann noch... Und dann noch... Und dann noch die Kahn-Interviews! Ja! Wenn Niki noch mal so lächelt... Dann beiß ich ihn einfach! Ich schwör! Ich schwör! Ich schwör! Oh! 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 Oli Kahn WM 2002... Ja, Mann! Oli Kahn insgesamt einfach war mein Vorbild als Torwart, ich schwör! Ich hatte immer so ein kleines Ortecan-Bild in meinem Stutzen, als ich früher gespielt habe. Ich glaube, das war eine Stone Cold Steve Austin-Sammelkarte in seinem Pop. Nein, hat er echt? Hat er wirklich? Das brauche ich auch. Oh mein Gott, will ich mal kurz sagen, 3-Stock an dieser Stelle? 3-Stock? Ist aber egal, weil es jetzt letztes Game ist, jetzt nochmal so eine Performance. Dennis muss einmal kurz tief einatmen. Dennis guckt so, als würde er gleich ein Tor schießen. Ja, ich wollte gerade etwas sehr viel Schlimmeres sagen. Aber als würde er gerade ein Tor schießen, das ist auch sehr gut. So, als wäre er kurz davor das Tor zu schießen. Nein, sein Tor reinzubekommen. Glaubst du, Dennis ist Oliver Kahn? Und Strauss-Stream ist Michael Ballack? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was? Was geht bei Dennis ab? Alter, guck dir mal das Gesicht an. Das ist Meer Salz. Aus der Adria. Aus dem Schwarzen Meer. Oliver Kahn gegen Michael Ballack. Game 5. XD in den Chat, Leute, natürlich auf Randal. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Nein. Oh, das smasht die Ei. Er geht onstage. Ja. Oh, er kriegt den Shield Poke. Richtig, richtig nice. Das ist der Drift. Float Cancellary auf Shield Down Smash. Um den Shield Poke zu kriegen. Provozier ihn. Oh. Oh. Ah, dein Up-Roll gewiffed. Nein. Das ist ganz schön. Nein. Nein, das ist nicht true. Das ist nicht true. Da kann man rauswickeln. Herr Dodgen. Nein. Ich glaube, dass es nicht true ist. Ich bin mir sehr sicher eigentlich. Nein. Dennis muss nicht nur einmal einatmen, glaube ich. Der muss Luft einatmen. Nein, er haut die ganze Zeit Down Smash rum. Er haut die ganze Zeit die Down Smash rum. Oh. Er spielt gar keinen Uschel mehr. Oh. Das sieht schlecht. Also so vom, so vom, vom, äh. Er kann raus alternieren. Verarscht. Was alternieren. Ja, was alternieren. Ich geb dich auf die Niere gleich, Alter. Oh. Der hat die Japs in die falsche Richtung gemacht. Oh. Klär mich auf. Lo-fi Boy. Er lebt. Er lebt. Das ist nicht Paal. Ah. Dennis ist... Alternieren. Stell dir vor, das wäre der offizielle Begriff fürs Wigglen. Oh. 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 Er down-smashed einfach die ganze... Nein, er kriegt die Deja-Technik. Oh. Oh. Das ist sehr... Aber es ist noch machbar. Bleibt dabei. Komm schon, Ballack. Bo... Klasse. Was? Das ist so ein Südwesten-Meme. Ich kenn das. Du kennst das Meme, ne? Stimmt. Oh. 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 Ja. Sad Boy. Oh. Oh. Oh… O. Vielen Dank.